Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich bin jetzt wieder im Schnellraffer beim Anmischen, beim Abgrillig Poring. Ich habe die Woche jetzt einfach nochmal ein Video davon rausgesucht. Ich habe ja ein paar Videos vorgedreht, einfach weil ich nicht jede Woche immer so dazu komme. Was zu basteln oder eben halt das mit Video aufzunehmen und dementsprechend habe ich jetzt einfach nochmal Acrylic Poring und habe es auch hier wieder mit der Weiß selbst gemischt. Also eine Acrylfarbe Weiß und Acrylic Poring Fluid und Poring dafür genutzt, das wirklich so schön angemischt. Und da bin ich ja immer wieder noch am Austesten, was jetzt wirklich am besten ist von der Flüssigkeit her, weil die anderen Farben sind so weit vorgemischt, außer das Silikonöl muss noch rein. Und genau, das habe ich jetzt mit den ganzen Farben auch gemacht. Das heißt, die Farben sind diesmal mehr in den Metallic Touch, was ich tatsächlich unheimlich spannend fand, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie reagiert jetzt das Weiß mit dem Metallic Ton in Gold, in Bronze und in Silber. Und dann gibt es noch so ein Bordeaux Metallic und ich fand die Farbkombi Tatsache erstmal unheimlich toll. Und ich weiß nicht, viele kennen es ja wahrscheinlich, man trägt eigentlich schmucktechnisch oft nur entweder Silber, nur Gold oder nur Roségold und in der Regel mischt man das gar nicht. Und genau, deswegen fand ich alleine deswegen schon sehr, sehr toll, das einfach mal auszuprobieren. Das heißt, überall in jede Farbe kommt jetzt auch das Silikonöl. Wie gesagt, das Mischen habe ich halt unheimlich oft eigentlich schon in den Videos drin. Ich wollte es jetzt nicht komplett rausschneiden, aber eben halt auch nicht eins zu eins durchlaufen lassen. Und dementsprechend gehört ihr jetzt einfach auch meine Erzählungen dazu. Und genau, also ich liebe es tatsächlich immer noch sehr, das Acrylic Purin. Das ist für mich halt so ein unheimlich entspanntes Arbeiten, um dann zu schauen, was passiert da eigentlich, was kommt da raus jetzt für eine Kombi, welche Farbe habe ich so angemischt, dass die jetzt im Vordergrund steht. Dadurch, da ich noch nicht ganz so die Kontrolle ja darüber habe, wie man es am besten macht, ist das tatsächlich wie ein Experiment. Und ich habe auch hier wieder diese Schichtvariation genutzt. Das heißt wirklich von jeder Farbe immer im Wechsel eine kleine Schicht und dann das Weiß auch noch drauf. Und dadurch war das für mich jetzt, glaube ich, eine schöne Kombi und habe da eigentlich schon gesehen, das wird richtig spannend. Und ihr seht auch, ich nutze immer die Becher, zum Teil nutze ich sie wirklich auch doppelt, je nachdem, wie sie halt aussehen, beziehungsweise welche Farbe ich nutze. Und auch diesmal ist es eine kleine Leinwand. Ich habe bisher die ganz großen, habe ich jetzt noch nicht so oft genutzt und bin da auch noch recht unsicher drin, werde es aber demnächst einfach mal ausprobieren. Und auch diesmal habe ich diesen Becher wieder umgestürzt und habe dann das erstmal runterlaufen lassen. Und alleine das runtergelaufen, so im Geheimen, ich fand das schon toll. Genau, manchmal hilft es so ein bisschen, wenn man nochmal gegenklopft und ein bisschen schaut, dass wirklich alles runterläuft. Es ist einfach schade, wenn die Farbe übrig bleibt und jetzt habe ich nochmal geschaut, ob da noch ein bisschen Weiß drin ist, weil auch das ist halt sehr schade drum, wenn da was übrig bleibt. Und jetzt wird mit Mut der Becher hochgezogen und noch geschaut, ob noch ein bisschen Farbe raustropft. Wie gesagt, ist immer schade drum und man braucht gerade bei Acrylic-Poring halt oft jeden Tropfen, damit es halt auch schön verläuft und dann eine schöne Fläche ergibt. Und ihr seht schon, ich finde das Ergebnis so, so toll. Genau, ich habe es jetzt wieder so ein Stück weit immer verteilt, habe so ein bisschen geschaut, dass die Farbe in einem schönen Verhältnis sich verteilt. Und es hat einen unheimlich schönen Gold-Bordeaux-Rosé-Gold-Ton, finde ich tatsächlich echt schön und hat sich für mich tatsächlich sehr gelohnt. Ist eines meiner liebsten Ergebnisse. Ihr werdet das Ergebnis zum Schluss ja hinsehen. Aber lasst euch überraschen. Es lohnt sich. Ich kann vielleicht, während ich das verteile, ich hoffe, dass es in Ordnung, mich erstmal tatsächlich bedanken. Ich habe jetzt seit kurzem die 100 Abonnenten. Ich hoffe, dass jetzt keiner mir wegspringt. Das wäre natürlich echt schade, aber ich habe jetzt die 100 und ich bedanke mich ganz, ganz dolle, dass es wirklich so viele jetzt waren, die sich meine Videos auch immer anschauen. Ich sehe es ja an den Statistiken und freue mich über jeden Klick, jedes Anschauen des Videos. Manche schauen nicht komplett durch, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Und wie gesagt, ich freue mich überhaupt, dass jemand reinschaut und manche wollen nur das Ergebnis sehen, wie es nach hinten raus ausschaut. Und dadurch aber vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt mich abonniert habt. Ich freue mich und freue mich über jeden weiteren Abonnenten, der jetzt noch dazu kommt. Vielleicht schaffen wir irgendwann 110, 120 und dementsprechend vielen, vielen Dank und bleibt gerne dabei. Und ich lade immer Sonntags hoch und lade in der Regel einmal ein Bastelvideo hoch und einmal ein Musikvideo, wo ich in der Regel irgendwie zu irgendeiner Band hingehe und filme. Und ansonsten gerne ein Däumchen nach oben, gerne auch, was wünscht ihr euch von mir, was hat euch gefallen. Und dementsprechend, ja, so, ihr seht schon, das Bild hat sich in der Zeit, wo ich jetzt so gesprochen habe und mich bedankt habe, verändert. Und ihr seht dieses Ergebnis, also ist das nicht Bombe. Also ich finde es so schön und dementsprechend, ich bin gespannt, ob ihr es vielleicht auch mal ausprobiert habt und ob es da vielleicht auch ähnliche schöne Ergebnisse oder vielleicht auch noch schöner oder, wobei ja schön immer so relativ ist. Aber, ja, wie gesagt, ich finde das Ergebnis toll. Ich finde auch, die Zellen sind diesmal mehr rausgekommen. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt auch nochmal so ein Video mit Acrylic Poring jetzt war. Aber ansonsten, nächsten Sonntag sind wir wieder da oder ich besser gesagt und wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag.